Hast du eine Geschäftsidee entwickelt und möchtest jetzt Startkapital einsammeln oder du bist schon am Markt und möchtest die nächsten Finanzierungsrunden generieren? Nun, da kannst du auf der einen Seite zu Banken und Förderinstituten gehen oder du kannst Privatkapital, Investorenkapital einsammeln. Und das Beste ist natürlich, wenn du jemanden findest, der dir Geld gibt, aber dich auch noch strategisch unterstützt, entweder als Berater, Unternehmer oder seine Netzwerke offenbart und dann sprechen wir von einem Business Angel. Wenn du also auf der Suche bist nach Fremdkapital, dass jemand dir Geld leidt für ein Unternehmen oder dass jemand sich als Investor bei dir beteiligt, nun, dann bist du richtig hier bei der Centurio Arena, denn diese tagt viermal im Jahr und du kannst dich dort bewerben mit einer innovativen Geschäftsidee, die am besten skalierbar ist. Über die Website centurio-club.com, da kannst du dich anmelden, da findest du einen Button für Startups und da kannst du dich bewerben und dann wird dich jemand anrufen, dich kontaktieren und deine Geschäftsidee besprechen und kurz gucken, ob die tatsächlich auch skalierbar ist und vielleicht auch Proof of Concept, also die Funktionsfähigkeit deines Geschäftsmodells, schon bewiesen ist, ob das alles erfüllt ist. Und dann bist du eingeladen zur Centurio Arena und du kannst von einer Reihe von Investoren und Juroren dein Konzept dann vorstellen. Wie geht es dann weiter, wenn du dich beworben hast? Nun, da wird natürlich eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben, dass du sicher sein kannst, dass deine Geschäftsidee bei dir bleibt und du schickst dann ein Exposé, vorher schon mal kurz und knapp mit den Rahmendaten zu uns und am selben Tag, nun, da wirst du deinen Pitch dann vorstellen, vor allem eine Reihe von Juroren und dann sind aber auch Investoren schon gleich zugegen, sodass am selben Abend vielleicht schon ein Deal entstehen kann. Wenn du also sagst, du suchst Fremdkapital, du suchst Investoren, du suchst nur Investoren mit Know-how, die dich unterstützen, also Business Angels, dann bewirb dich heute gleich noch für die nächste Centurio Arena Runde in diesem Jahr. Gerne nun kannst du dich selbst mit deiner Geschäftsidee bewerben, du kannst aber auch uns weiterempfehlen, den Kanal abonnieren und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deines Projekts.